Hi Leute, es geht weiter mit Trine in der Enchanted Edition, oder wie auch immer man das aussprechen macht, und Neat Game! Hi Leute! Gut, wir haben lange lange nicht gespielt, es tut uns sehr leid, manchmal kommen einfach einige Dinge dazwischen und zeitmäßig und dann muss man erstmal wieder einen Treffpunkt finden, wo beide Zeit haben, aber es geht natürlich weiter, wir haben das Projekt nicht aufgegeben und ich hoffe und wünsche mir, dass wir so in den nächsten zwei bis drei Parts das Spiel eigentlich schaffen, weil ich meine, dass es gar nicht mehr so lange dauert, aber es liegt natürlich an uns, wie gut wir uns jetzt hier durchschlagen. Selbst steuerungsmäßig müssen wir erstmal reinkommen und wenn ich mir das so hier gerade angucke, dann weiß ich gerade gar nicht weiter. Aha! Oh Gott! So, ich hab mal mit der Kiste den Holz, das Holzteil da irgendwie. Ich dachte mir, das geht vielleicht. Okay, zu steigend. Wie kann denn mal der Typ hier... Ja, die Steuerung. Überleg gerade, ob ich... Nein, lass los, lass los. Lass los, Uschi. Die heißt aber nicht Uschi. Ach so, das ist es jetzt. Guck mal, wenn du das so machst, aber dann kannst du doch andersrum viel besser drüber springen, wenn ich das jetzt da hinkicke. So. Weißt du, so dass du von da, dann ist das schon schräger. Das ist schräger, das ist richtig, aber ich bin auf der falschen Seite von den Teilen. Ja, aber vielleicht kommst du da ja irgendwie hingewurschtelt. Ich, ich wurschtel mich mal. So, da kannst du die Dieben nehmen, mach mal hinne. Dieben. Dieben, ja, ja. Ja. Jawohl. So, sehr schön. Gut, was haben wir denn jetzt hier für ein Rätsel? Kannst du auch? Ein Rätsel. Aber wir müssen die Kiste hier wegkriegen, damit wir an das grüne Ding da kommen. Ah, okay. Äh, ja. Ja, danke. Ah, ich wollte dich. Ja. Langsam. Zauberei braucht ihre Zeit. Aha. Okay. So, jetzt wird's knackig. Warte mal, da hätte ich eine... eine Idee, Moment. Da muss ich aber nicht... So. Oh, das ist ja toll. Ja? Ne? Ein Schutzschild. Cool. Ein persönliches Schutzschild für dich. So. So soll's sein. Ähm, ja. So, ja, wo müssen wir jetzt weiter? Da hinten rechts lang. Da, wo dein Schutzschild gerade ist, da müssen wir hin. Also, dann kletter mal hoch. Und zieh dich mal um. Äh, nein, aber da oben ist auch noch was und auch... Oh Gott, tot. Super. Das macht doch nichts. Ich bin ja auch noch da. Gut, Pontius. So. Oben ist, wie gesagt, auch noch... Was? Ach so. Ja, da ist ja noch was, weißt du? Wir brauchen eigentlich dafür die Diebin, aber das... Oder wir pfeifen, wollen wir drauf pfeifen? Pfeifen wir drauf? Vielleicht... Ja. Laufen wir ja gleich in so ein blaues Teil rein, dann könnte man doch mal zurück vielleicht. Aber sieht nicht so aus, gell? Oha, oha, oha. Da mach ich jetzt mal ein bisschen Brückenmähen. Ja. Oh. Oh, ist das gemein. So. Jetzt hättest du auch die Diebin wieder. Wenn ich das mit dem Magier versuche. Jawoll. So, die habe ich. Gesundheitstrink. Diebin. So. Kann ich ihn nicht... So, Matrix-mäßig. Matrix-mäßig. Äh. Jetzt kleidest du mal Matrix-mäßig hoch. Genau. Oh nein. Nein. Oh. Nein? Doch. Ja, was jetzt? Nein oder doch? Ja, da macht... Ja, ich bin ja, aber ich kann irgendwie kein... Kein da hochklettern Ding machen. Dann würde ich mal sagen... Haken. Mach ich mal hier. Ah. Der geht nämlich nur an den richtigen Oberflächen. Ich glaube, das stand da auch dran. Ah. Warte mal, du musst glaube ich auf die andere Seite. Du musst dann da hoch. Geh du da. Mach du doch. Mach du doch. Ja, kleinen Moment. Kleinen Moment. Ja, ich kämpfe mal wieder mit der Steuer... Ja, da rutscht aber ab, mein Magier. Aber... Ich fürchte, da brauchen wir die Diebin. Warte. So. Naja, das Skelett, du. Du kommst schon noch früh genug dran. Zappel mal nicht so. Ah. Nein. Ja. Oh. Das war's mit dem Magier. Du hast ja noch Pontius. Ja. So. Ey. Jetzt ist Pontius tot. Wie gemein, das mit den Platten hier ist. Ja, nee, also das geht nicht. Da muss dein Magier ran. Und dann ist sie, glaube ich, auch tot jetzt. Das ist schön. Ach komm. Dann, dann warte. Wir können ja zurück. Und sie wiederbeleben. Oder ich gehe einfach weiter und du kümmerst dich um das grüne Ding. Also, du hättest die Diebin jetzt wieder zur Verfügung. Aber das blaue Teil ist ja nicht so weit weg. So. Oh, oh, oh. Ich bin gestorben. Warum auch immer. Na, dann spiel mal alleine. Ich bin mich zurück und schau zu. Du könntest die Diebin wieder nehmen. Ich hab sie wiederbelebt. Nein, kann ich überhaupt nicht. Scheiße, kann ich. Wieso nicht? Ach so, ich kann. Ich dachte, ich bin aus dem Schneiden. Nein. Ja, wir müssen uns besser absprechen. Wer welche Plattform benutzt, die dann nach unten klappt. So. Wo sind wir denn jetzt? Aber wir sind wieder zurück bei dem blauen Teil. Ach so. Praktisch da. So. Und wieder Matrix. Okay. So. Du könntest hochklettern. Ja, aber ich hab grad Cola getrunken. Das war viel wichtiger. Ach so. Ja. Hättest ja auch hochklettern können. Ich war auf der falschen Seite der Plattform. Ja, du machst immer alles falsch. Ja. Ist so. So, jetzt gehst du mal als erstes. Oder bist du wieder da hoch? Also, ich kann da keinen Haken dran machen. Du musst da deine... Nein. Ich mach ne Plattform. Warte, ich kann ja hier hinstehen. Hier kann ich. Ach so. Sehr gut. Moment. Ich mach ne Plattform. So. Komm doch mal hoch. Blöd, gell? Du musst ein bisschen... Du musst da weg irgendwie. Du kannst da nicht. Kann ich denn eigentlich? Aha. So geht's auch, oder? Hm. Aber zumindest ist die eine Seite ja dann immer da. Genau. Die andere geht ja dann so. Warte, dann kannst du da hin. Stell du dich mal nach unten, wo ich grad war. Dann kannst du die Plattform besser schräger machen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man dann noch hochklettern kann, wenn ich die jetzt noch schräger mach. Doch, kann man. Ich komm. Versuch's los. Ja, sehr schön. Ich kann das. Du kannst das. So. So. Dum, 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 dum. Ich baue Brücken. Oha. Ui. So, und was war jetzt hier das Problem? Kann ich eigentlich ersticken? Wenn ich schwimme? Willst du es so genau erfahren? Ah. Haha. Ich glaub, man konnte ersticken. Oh, ich bin so cool. Ich mach aus dem Wasser Feuer, Freunde. Du bist so cool. Ich weiß. Oh, Mann. Äh. Ich wollte dich ja gar nicht. Oha. Du verlässt das Spiel. Äh, ich hab, da stand da, du hast die Verbindung zum Spiel verloren. Bin ich jetzt wieder da? Ja, jetzt bin ich schon wieder da. Hebel benutzen. Hier ist noch ein Hebel. Pontius, mach mal. Pontius. Pontius? Ja, der kann doch da mit seiner Kraft von Greysguard, kann der doch. Hahaha. Ah, ah. Äh, okay. Jetzt steht hier was von B. Jetzt aber. Ah, das ist total nett. Hoffentlich bekommst du bald wieder ein Amulett oder eine Kette. Ah, okay. Aufzug. Bis dann, bis später. Zweiter Stock, bitte. Okay, Feuer, 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 Scheiße, Scheiße, Scheiße. Huh. Huh. Oh Gott. Ähm. Gut. Eine schwierige Situation, die da auf uns zukommt. Okay. Nicht so einfach. Muss man erst mal so Super Mario... Oh, da fiel gerade die Diebeln runter. Die Diebeln ist gerade voll runter. So als Leiche. Ja, das war voll widerlich. Was ist das denn? Äh, das Teil bewegt sich übrigens nur nach oben, nicht mehr nach unten. Okay. Ich könnte mir jetzt so eine Plattform machen. Ah, jetzt kommt es wieder runter. Das haben wir. Okay. Das ist natürlich tricky. Äh, äh. Ähm, ja, du kannst natürlich auch den Aufzug verstopfen, sodass ich gar nicht mehr hochkomme. Das geht auch... Ah, ich hab mir das jetzt hier leicht gemacht, damit ich die Erfahrung schon mal holen kann. So. So. Na, kann man mal machen. So, so ein krüppeliges Viereck gebaut. Ah! Nein! Oh, äh, tja, das war's mit Pontius. Äh. Ja, das, äh, krieg ich hin. Das kriegst du hin? Mit dem Magier kann, kann ich das auch. Ja. Äh. Der übrigens auch gar nicht mehr so fit ist. Der blinkt schon rot. Ja, so ein bisschen. Ganz leicht, ganz leicht. Drei Stunden später. Das ist nicht der modernste Aufzug. Ja, so ist es gut jetzt. Und los geht's! Uh! Oh, da oben zappelt Pontius noch. Hier, komm, mach so'n Ding. Mach so'n... Warum hat er das denn nicht gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's doch gemacht, ne gerade Linie. Es gibt... Es gibt... Nicht, ey. Oh! Tja, Pontius ist wieder tot. Nimm doch du mal die Diebin. So. Weil ich glaub, ich bin einfach mit dem Magier jetzt fitter. Als mit dem Pontius. Oh, wir sind wieder mal hier. Äh, zur Abwechslung mal wieder am Anfang von unserem Part. Hehe. Wir sind weit gekommen. Ach ja. Das hat sich so richtig gelohnt. So richtig gelohnt. Da. Da, alter Tats. Fände ich noch irgendwas? Feuer und Wasser! Jawohl. Ach, da ist dieser komische Aufzug. Da kann ich nicht hoch. Huch, ich hab nasse Füße. Jetzt bleib da stehen. Oder ich töte dich. Äh, mit wem sprichst du gerade? Mit niemandem. Oh, 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 oh. Äh, warum zuschießt du? Warum zuschießt du mein Schutzschild? Mach ich doch gar nicht. Oh, Mann. Ja, aber ich geh tot. Du hättest da stehen bleiben müssen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Oh, ich kann ja hoch. Okay, und wo geht's weiter? Oben? Links? Rechts? Irgendwo? Nach rechts. Rechts. Okay. Okay. Wow. Feuer stinkt. Ja! Ja, ja, ja! Nein! Oh Gott! Skelette, die Feuerpfeile machen und... Tja, ähm... Ja. Genau. Jetzt haben wir noch den Pontius. Und der ist aber... Das ist ja noch ein grünes Fläschchen! Äh... Wir bringen das Fläschchen hier. Äh... Also, ich würd ganz gern... Ehrlich gesagt, würd ich den ganz gern sterben lassen, damit wir zu dem Speicherpunkt zurückkommen. Ja, dann mach. Ja, aber... Ich hab ja niemanden, der mich jetzt tötet. Ich hab doch die Feuerdinger da oben. Es geht so schneller. Ja, ich soll erst mal wieder hoch und der Aufzug ist aber... Ach so. Du musst länger halten. Du musst länger halten. Du musst länger halten. Ja. Ja, streck dich mal an, Pontius! Irgendwie passiert da überhaupt nichts. Ja, irgendwie nicht. Komisch. Wird der blockiert? Ja, ich kann nichts machen, Leute. Wir lassen mal den Need Games... Alles ausleben, was er sich schon immer in der Videospielwelt erträumt hat. Alles. Alles. Restlos werde ich. Da kommt jetzt die Spielmotivation durch. Ja, aber irgendwie... Das macht er schon, Leute. Der kann das. Wie gut, dass die Alexis keine hohen Erwartungen hat an mich. Aber irgendwie tut er nicht das, was er soll. Kann ich noch ein bisschen naschen? Ja, und wieder was trinken. Mandatrank aufgenommen. Das ist schön. Ich weiß jetzt mal nicht genau, warum. Und so müssen sich die Zuschauer fühlen, ne? So, guck mir mal ein Let's Play an. Naja. Ah. Aber ich kann hier Hebel ziehen, so viel ich will. Ist der doof. Der kann das überhaupt nicht. Dann guck ich mir ein anderes Let's Play an. Liebe Alexis, es reicht, wenn die Leute das über mich denken. Du musst es nicht aussprechen. Ich sag nur das, was die Leute denken. Du musst es nicht aussprechen. So, ich werde jetzt mal den... Ja, genau. Da ist mir jetzt der Pontius kann ersaufen. Und den mache ich jetzt mal tot. Star Wars kommt... Möchte noch jemand ne Kiwi? Ja. Möchte noch jemand Eiscreme? Oder, oder... Ich hab auch noch... Oh! Ein Ü-Ei hätte ich auch noch. Ein Ü-Ei. Ein Ü-Ei. So, wir können... Es geht weiter. So. So, wo bist du, du Scheiß-Skelett? Oh Mann, diese blöden Ketten. Das gibt's doch nicht. Wie kann man diese Hängekugelketten... Keine Ahnung. ...weckriegen? Mann, er trank. Geh doch mal. Pontius, du Dussel. Ist schon ein bisschen blöd, ne? So. Und ich bin wieder unten im Wasser gelandet. Ganz toll. Speicherkugel! Ja, ja, ja. Oh, und tausend feine... Ah, du hast mich gerade hier... Ja, hab ich. Hab ich. Ah! Du bist einfach so toll. Ja, ich... Manche Menschen wissen das nicht zu schätzen, aber... Aber ich schon. ...du und ich und andere wissen das schon. Ich hab eine Errungenschaft bekommen für... Uups! Für Uups? Fürs Sterben. Also. Also, den einen da drüben hab ich erledigt. Aber da unten ist ein Hebel. Da unten ist ein Hebel. Oh. Oh. Ich mach hier alles... Ach! Das fällt den Zuschauern gar nicht auf. Nö, nö. Weil ich mach ja so viel falsch. Hehehe. Hehehe. Ach. 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 Ich... Ich versuch's halt so lange... Ja. Willkommen in meiner Welt. War das nicht da ganz vor? Nee. Komm, klar. So wie ich. So, jetzt hab ich endlich mal meine Ruhe. Ah. Ja. Ah. Es geht die Tür da oben auf. Oder das Fallgatter, genauer gesagt. So. Ja, dann werd ich mal wieder was bauen. Muss ich jetzt das noch länger machen? Ich glaub nicht. Die Tür ist noch offen. Das Ding ist noch offen. Ja, vielleicht geht die gleich wieder zu, wenn ich hier weggehe. Meinst du, das ist so ein Zeitding? Also ne. Du traust dem Spiel alles zu, oder? Ja. Muss man ja auch. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hui. Ja. Tschui. Na toll. Jetzt bin ich genau... Jetzt bin ich genau da. Ich so, ey, die... Ich hab mich verletzt, obwohl das Ding da war. Das war scheiße. Uh. Speicherkugel. Ähm. Autsch. Das schaffst ein Skelett auf mich. Nein. Oh, das ist das für ein Viech. Schau mal, was da rechts unten für ein Tier ist. Uh. Eine Spinnkrabbel. Sie ist tot. Dass dich töten kann. Ja, aber ich hab... Tot. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Meinst du, es geht unten gleich weiter? Meinst du, rechts oben wäre auch noch was? Doch. Vielleicht. 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 Unter Umständen. Ja. Oh. Oh. Ah. Aua. Äh. Äh. Ah, sehr schön. Oh, Mann. Oh, Mann. So, und jetzt? Da, 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 oh, 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 oh. Ja, jetzt geht die Klappe hier gar nicht hoch, weil das ein Weg ist. So. Nein. Ah. Ich bin so schlecht. Hey, normalerweise bin das doch ich. So, aber du bist wiederbelebt. Vielleicht sind wir beide ja in Wirklichkeit loser. Nein. So was wollen die Zuschauer gar nicht hören. Wir sind die coolsten. Wir sind die besten. Wir schaffen das. Oh, nein. Mit dem Klux. Immer in Extremen. Immer in Extremen. So, also, meinst du, da oben ist noch was? Oder sollen wir einfach weitergehen? Natürlich wird da was sein. Das wäre das doch hier nicht. Ich bin so dumm, ich schaff das nicht. Wo bist du überhaupt? Ich seh dich nicht. Ach, da stehst du. Ich bin auf der Kugel. Ja, das ist, weil ich mein Bild da ein bisschen... Ja, ach so. Ach, du schadenfreudiger Mensch, du. Ich bin überhaupt nicht schadenfreudig. Du bist doch immer nur so nett. Ich bin praktisch veranladet. So. Jawohl. Oh, Mann. Ach, da ist nochmal so ein Klappenteil. Ich komme schon ganz aus der Art von mir. Ich auch. Nur vom Zusehen. Oh, Gott. Das regt mich auf. Also, ich habe jetzt nochmal ein Schutzschild gebaut. Oh, danke schön. Warum kann sie denn da nicht hinspringen? Jetzt. Tot. Also, sollen wir es sein lassen? Nein. Nein, ich muss es jetzt schaffen. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie lange der Part schon ist, aber wir machen noch ein bisschen weiter. 22 Minuten und 27 Sekunden. Das ist in Ordnung, hoffentlich. Also, die Alexis springt und ich gebe hier mit meinen Plattformen alles. Also, ich meine... Ach, 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 ach. Geschafft. Jawohl. 40 von 50. Was war das denn? Warum bin ich gestorben da oben? Ich habe keine Ahnung. Hast du da oben jetzt alles eingesammelt? Oder ist da noch mehr? Da war noch irgendwas. Warte. Okay. Warte. Einmal geschafft, dann schaffe ich es doch ein zweites Mal. So. Ach, da ist so ein... Da ist so ein... Fickspinne, ey. So. Da ist so eine Kackspinne. Ich blockiere jetzt alles. Ich blockiere jetzt das Feuer. Ich blockiere jetzt die Plattform. Wenn sie O sagt, das klingt, glaube ich, nicht gut. Mach's besser. Du blöde Kackspinne. Die Leute stehen unten. Jawohl. Meine Zauberei... Ich hab sie. Ich hab sie. Sehr gut. Ich hab sie. Meine Zauberei hat unendlich viel Kraft. Gott sei Dank. So, jetzt mach ich den blöden Hebel nochmal. Weiß nicht, was der bewirft. Da unten. Geht was auf. Du kannst nach unten. Okay. Da ist irgendwas... Ganz unten, oder? Da ist irgendwas hochgegangen. Irgendeine Plattform. So eine Art Boot oder so sah das aus. Geht's jetzt unten weiter oder bei dir oben? Bei dir unten. Bei mir unten. Weil ich hab da... Ich hab da irgendwas freigemacht. Bei mir ist so ein... So ein Abwassersystem. Genau, und da kannst du jetzt hin. Aber es war vorher nicht da oder so. Okay. Oh, ich... Oh, no. Oh, das sind aber Skelette. Ich weiß gar nicht, wozu das jetzt gut ist, dass ich das hier runterschiebe. Aber ich mach mal. Oh. Ich muss aufpassen. Da kommt irgendwas runter. Ach nein, das war... Oh nein, damit soll man die Barrikade machen. Oh, ich Dummerchen. Wenn jetzt... Ich brauch den Magier. Ich brauch den Magier. Den Pontius. Ja, hab ich schon. Du kannst den Magier haben. Shit. Hätte ich das mal nicht runtergeschmissen. So. Oh nein, da. So gut. Jetzt muss das Ding wieder nach oben. Mhm. Da unten ist ein Skelett. Kacke. Wie krieg ich das denn jetzt wieder nach oben? Okay. Irgendwo da oben. Komm, fall bitte nicht runter. Ach, scheiße. Es fällt wieder runter. Also ich bin unten und warte jetzt mal auf dich, weil ohne den Magier komme ich da auch da ist aber oben eine Mauer und damit muss man die Faust Gottes durch die Wand schmettern wieder. Und ich hab die Hand aber runtergeschmissen und muss die mit dem Magier von unten nach oben jetzt wieder finken. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja nicht so, dass ich das nicht schon mal gemacht hätte, ne? Ja, aber ich bin jetzt... Hier, ich... Ich verbarrikadiere mich selber. Ey, wie blöd ich bin, ey. Was mach ich denn jetzt? Ähm... Hallo? Ach, ich bin der dumme Magier. So, erst mal das Deck. So. Und jetzt, ähm... Ah. Schlitz ich mich auf und dann, äh... Och, ist das fies. Shit. Ach, guck mal, da ist jetzt... Da ist ja was jetzt. Dann können wir das ja da oben rauflegen. Oder? Warum geht denn das nicht? Das ist ja... Scheiße. Was ich hier mach. Schön, wenn wir zusammen spielen. Ja, ja. Äh. Äh. Hm. Der Magier leuchtet schön, der Magier leuchtet schön, schön rot da oben. Winx, Mac. Es ist so dumm, was ich hier... Wie gut, dass ich auf dich gehört habe und nach unten gesprungen bin. Ja, ja. Das ist jetzt sehr ereignisreich für mich. Ja, dann elibst du auch mal was. Die Musik. Oh, nee, der ist tot. Ja, das habe ich gesehen. So, jetzt bräuchten wir natürlich hier den Magier. Nee, wie der Magier auch, äh, was der für gebraucht hat. Jetzt bräuchten wir hier den Magier, damit wir dieses Ding da wegkriegen, weil ich kann's nicht wegschieben. Ja, das ist mir schon klar. Du kommst mit deinen Pfeilen da nämlich auch nicht durch. Nein, aber vielleicht kann ich ja fliegen. Nee. Aber kann das... Kann da... Das... Da macht doch irgendwas... Hör doch mal auf. Jetzt da. Oh, ja. Und tot. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Kollektiver Suizid. Oh, sehr gut. Das war sehr cool. Uh. Ja, das kann ich auch, du Arschvieh. Jetzt, komm. Ah. Nimm das, stachelige Kugel. Nimm das. Scheiße. Jawohl. Ah, sehr schön. Kannst du dich da oben nicht an dem Holzteil mit deinem Kletterhaken oben oder so? Wo bin ich denn jetzt? Im Wasser. Nein! Und da ist aber die nächste Kugel. Nein! Die wär ganz fein. Jawohl. La, 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 la. Wir kriegen das eines Tages hin. Eines fernen Tages, die wir denken. Ist jetzt unten im Wasser oder? Ah, ja. Ich will eigentlich raus, aber ich kann nicht. Wo willst du denn hin? Nach links. Da ist noch ein grünes Dingens. Kann ich da irgendwas? Kannst du auch stacheln, ne? Jaja, ich versuch mal. Ich würde mir jetzt mal nur einen Überblick verschaffen. Ah. Oh. Da ist eine Riesenspinne. Kann das sein? Ja, kann sein. Ne, im Wasser funktioniert meine Magie nicht. Zieh mal so pauschal in die Ecke. Trifft keinen Falschen. Weiß nicht, wie man da hin könnte. Ja, ich hab nur Butsch gehört. Ach ja. Was machen wir hier eigentlich? Schauen, dass die Zeit rum geht. Vielleicht gibt's ja auch noch im Wasser was und wir wissen's nur nicht. Ja, genau. Das hab ich mir nämlich auch grad gedacht. Rechts unten steht jetzt bei mir Schwert und Schild. Komisch. Oh, mein Sauerstoffvorrat geht alle. Es geht also doch mit Sauerstoff. Jaja, so hab ich den Ponzus vorhin gekillt. Ja, also ich weiß nicht, was man da links machen kann. Ich weiß auch nicht, wie man hier jetzt weiterkommt. Weil selbst deine Dinger reichen da ja nicht von der Reichweite. Nee, vor allem die Klappen hier, die öffnen sich nicht. Also die rechten beiden, die gehen nicht hoch. Warum auch immer. Ah. Also da rechts oben ist wohl so ein grünes Teil. Ich find das grad doof hier. Kann mich nur irgendwo festhangeln. Wie geht's denn da unten weiter? Ich geh mal noch links unten. Vielleicht ist ja noch hier was. Ah, ich kann nach links schwimmen. Ah, okay. Man kann nach links unten schwimmen. Hier waren wir noch nicht. Jawohl. Ja, also es geht unten links weiter. Okay. Wie gut, dass ich jetzt grad nicht rauch... Ich brauch mal den Magier. Ja. Und ich mit meinen blöden Kisten immer. Nein, das funktioniert nicht. Dummer Magier. Ich bin jetzt im Wasser und komme nicht mehr raus. Das ist ja gemein. Jetzt aber. Oh, zack und zack. Geschafft. Na endlich, mach den Hebel rum und das war's dann auch. Jetzt müsste da bei dir was passieren. Die Platten gehen nur mich hoch. Die Plattformen sind jetzt hochgegangen. Ah, okay. Aha. So, jetzt kommen wir da auch weiter. Und ich hab das grüne Gegens eingesammelt. Juhu. Sehr schön. Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, unter mir ist nochmal so eine blaue Kugel. Leute, wir müssen aber leider jetzt einen Cut machen an der Stelle. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Trine. Das läuft super. Ja, klasse. Wir sehen uns, hinterlasst uns einen Daumen hoch oder einen Kommentar, falls es euch gefallen hat. Würde uns sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Ciao.